Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 10.05.2023 und unser DAX ist weiter sehr ruhig unterwegs. Wir hatten gestern besprochen, dass die Lage erstmal positiv zu werten wäre, ein Rücklauf auf 880, 850 nochmal Support zum Hochdrehen wäre, erst darunter Gefahr für weitere Tiefs. Wir haben die 880 erreicht, super verteidigt, sind jetzt am oberen Bereich der Flagge angekommen, bricht die oberen Flagge nach oben, oberhalb von 950. Zum Mittwoch sind direkte Anschlusskäufe in die 1620, aber auch 1680, 16120 bis sogar 16230 möglich, da sich nach einem Trendfortsetzungsbruch dieses Musters die vorherige Basiswälle nochmal replizieren könnte. Ein erneutes Eintauchen in 15880, 15850 könnte erneut hochgekauft werden, da der Bereich erstmal weiter gute Supportzone bleibt und erst darunter Risiko bis 57 aufgibt. Ich wünsche euch Spaß.